Ja, heilig meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Kinetic Cypher, ne Rollstuhlgleise, so, besser, ähm, ja, nachdem, äh, ich muss noch ein bisschen was aufnehmen, ich muss noch ein bisschen abdenken gerade, äh, hab wieder ein typisches Ausstellungsgespräch bei einer Zeit, aber es haben wir gehabt, wo es dann nicht, ja, wir nehmen den Pult auf und melden uns bei ihnen, äh, 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 äh. Man sagt in der Vergleich, ey, ich will dich nicht, geh weg, ey, das ist nämlich einfach das, was es heißt, wenn die das machen, ganz einfache Sache, so, ähm, ja, wir sind jetzt erstmal durch das Drecksgebirge gelaufen, haben irgendeinen komischen Rockenspeed Bug ausgelöst damit, ähm, was ich natürlich sehr toll finde, und jetzt, ähm, wir dürfen uns erstmal ein bisschen weiter umsehen, und dann gucken wir mal, ob wir, äh, ein Panel für 13, das ist schön für ihn, der Fan hier, ähm, ob wir vielleicht bei nächstem Stand mal ein bisschen kurz grinden, ähm, vielleicht so, keine Ahnung, oder so 15 oder so für die beiden da, einfach damit, ähm, ja, ein paar hat schon rein, das sind ja so komische Gegner, ähm, damit wir einfach mal ein bisschen hier irgendwie vorwärts kommen, ich glaube, ich habe vergessen, das Spiel im Test zu starten, ich finde es an Intelligenz-Boysen, äh, Spiel schließen mal ganz kurz, dann den FG-Maker starten, dann, falls mal wieder so ein Scheiß vorkommen sollte, wie, ja, ähm, das komische Dingenspiel, da, Schachspiel, was verpackt war, das fand ich irgendwie ein sehr tolles, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also, erst einmal, für Leute, die brauchen keinen Schach, können jetzt mal Schach machen, und dann auch noch, äh, Bugs und dann bringen, dass man danach ultra schnell ist, das ist, äh, sehr gut, und so. Ah, links oben, Highway-Kammern, rechts Force-Trail und ein Capital-City. Oh, nee, jetzt dürfen wir auch noch ein, noch ein Dungeon, Leute, ernsthaft? Noch ein Dungeon? Na, dann gehe ich halt erstmal da, bevor ich großartig irgendwie weine, glaube ich. So. Jetzt kann ich mir jetzt die Texte verspulen, das geht ja im Anspielen nicht, warum auch immer. Nopre-Woods, Niaaam, Niaaam, ey, das ist so, ich vergonne, A poem is written on the sign. See, all travelers of Nopre-Woods, know the treasures you must seek. Start with the skull that's east of here, lest you be lost for weeks. Hallo, Gegner. Ähm, ja. Just, Gegner. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf, schon eine Gegner mehr, ist ehrlich. Jetzt, äh, hab ich so ein bisschen kein Spiel mehr. Schon eine Gegner, sind einfach nur noch nervig. Sieht man an Wolfenhain, was, wenn man zu stark gestaltet eine Gegner hat. Also irgendwie im West-Mitton-Skyland-Fang, auf einer Bombe, alle Leute auf einer Bombe. Äh, drehernd. Twinned. Twinned, Twinned, ich werde auch irgendwie auf Englisch aussprechen. Also ein, ähm, äh, wie heißen die Flieche auf Deutsch? Und ich finde den Namen gerade nicht ein. Auf jeden Fall, Hallo, Truhe, the treasure box locked. Der is a forebonding looking skull and crossbones craft into the box lit. Der is what looks to be a sun carved into the box lit. Äh, Sonne, Schädel und Knochen. Äh, das ist sehr schön für dich. Und, hallo, Wolfi. Du bist wahrscheinlich Werwolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf. Ach nee, doch. Wolf-Wolf-Wolf-Wolf. Nein, du bist kein Werwolf, du bist ein Wolf-Wolf. Das ist ein Unterschied. Wo der Licht, keine Ahnung, einfach nur umgedreht. Da, in der wir 17. Das ist schön für sie. Ich glaube, die lernen gefühlt bei nichts mehr, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben bald gefühlt das Ende der Demo erreicht. Das Ding ist irgendwie nur eine Demo. Dementsprechend, hallo, Trolle, oder was auch immer du bist. Ein Krüschrem. Ein, ich haue meinen Kopf auf die Tastaturgegner. Was anderes ist das nämlich nicht. Diese komischen Namen. Neon, der besitzt der Pendel oder 14. Level gerade extrem schnell. Das finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. Das finde ich gut. So, hier war ich schon. Also manchmal ist die schnelle Geschwindigkeit auch ein bisschen nutzweil. Wenn man jetzt nur mit einer Meilenküche durchlaufen müsste. Schrecklich. Was ist das hier? Chip of a Heart heißt Bing Kraft into the Wooden Dead. Muss ich jetzt hier fünf Schlüsse suchen oder was? Oder was ist los hier? Das ist ein Fels. Da ist das Smiley Face Kraft into the Rock. Warum? Oh Gott, das ist ein Scheiß. Äh, an der Lett of Docks klafft das Simba der Lux Remakelbiler Karnsweb. Ja, dann benutze deine Web oder sowas. Keine Ahnung. Was muss ich denn jetzt machen? Ähm, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich weiß nicht, woran geht. Äh, Forboding Looking Sky Post Bones Kraft into the Box Wie ist das nochmal? Oh, geht hoch. Nyaum, Nyaum, Nyaum. Äh, Nyaum, the treasures you must seek. Start with the skull that is off here. Lest there be lost for weeks. Lest there be lost for weeks. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, das ist ja schön. Ich habe aber keine... Smart Shrink-Op-Kriston. Kann ich das irgendwie benutzen oder so? Das kalten. Das ist wahr. Was muss ich denn jetzt machen? Das ist jetzt mal wieder, ähm, super erklärt. Jetzt habe ich die Kiste gefunden und gar nichts damit anstellen. Das ist natürlich super. Das riecht nämlich nach ein Bullshit-Dungeon. Komplett. Was ist hier nicht schon? Warte mal, was ist denn hier? Ja. Was ist denn der Weg da unten? Also, ich habe ein paar Gegner umgebracht, das glaube ich hier nur mit Warp-Geschwindigkeit durch die... Durch den... Ah, hier. Nicht ein Scheiß-Dungeon. Und hier ist die Sonne. Jetzt bringt mir das gar nichts. Ich kann damit nicht mal interagieren. Hätte ich hier irgendwie aus dem Scheiß-Gebirge irgendwas gebraucht, was ich jetzt nicht habe, weil ich es übersprungen habe, weil der Scheiß-Bug meinte, er müssen mich... Ah, da. Foundry Meta-Medicine. Foundry Siegel Totenkopf. Der ist aus, als hat von Retina und der Inside of the Box. The next notch on this woodsy pole lights that do so and the rest so to continue onward you have to retrace your steps. Ach so, die Droh verschwindet. Das ist natürlich super. Na, wenigstens weiß ich jetzt, wo der... Äh, wo der... Das geil Ding. Wo ist das hier jetzt... Das Wigisborn ist jetzt ein neues Wig. Ai, ich fatsche da gegengestand. So, tschüss. Liegt mich doch nicht mit dran, Alter, mir gegen einen anbietig blöd. Kein Bock, ist da drauf gerade. Ich glaube, wir sind gegen einen Wigisborn, dadurch, dass ich das geöffnet habe, anscheinend. Aber wir brauchen noch ein paar IP. Was soll's? So. Ja, komm mal hin. Na, wir brauchen A4-Totens 200 XP Gem von NoPresigil. Äh, das ist eine Peitsche, glaube ich. There is a piece of the charge what man said the box. The exit to the fourth maze is directly to the east. But you have to make a quick detour so you can find another key. Open the box, the no plus the no plus the dust. Ähm. Hallo. Ähm. Die... Ist das hier scheißegal, aber irgendwie das andere öffnen, und muss es einfach in der Richtung keine Folge öffnen? Oder darf ich jetzt nichts anderes außer die Peitsche öffnen und dann passiert irgendwas Schlimmes oder so? Ich probier's einfach mal. Ja, 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 ja. Ey, die vier sind vor allem ein Ding so schnell wie ich. Ist doch ein bisschen komisch. Den können meine Normalgeschwindigkeit gar nicht ausweichen. Oder wirklich Skillhart und weiß wie die sich bewegen in der Wegelecker. Und das ist irgendwie wenn mein Gegner sich auf die Stube bewegen eigentlich womöglich ist. Ähm. Ne, passiert nichts. Okay, ich kann einfach nur jede Truhe anquatschen und dann hat sich das... Warum ist da jetzt ein Hart und hier auch? Ist das richtig so? Da kann ich doch gar nicht beide öffnen. Wenn ich nur eins davon habe. Das wird sich doch noch zeigen. Wenn ich mal... tschüss. Äh... Was? Was? Dress Rang Hä? Warum läuft hier ein Drach rum? Äh... Also auf jeden Fall kein Bossgegner. Also... Tschüss! Oder Slave was ich überrede... Okay, der ist schwächer als äh... die anderen Viecher. Ich finde den 15 Psyon Jukebox Watt Psyon Prismata Äh... 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 Psyon Prismata Alt ist der Gradient in Text Winde. Hä? Äh... 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 ist die musik es ist die musik da wollte ich das mp ausgegeben nice 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 die so zum pick war noch mal die turme der web das ist irgendwie gar nicht günstig haben günstig genau klar ein günstig dass wir stehen auf dem baukart kein logischen sinn unter drei drum mit der sonde sind so viel es ist ein bug da ist welche gegner eingelaufen ist natürlich super kann ja für 18 sei und schock und die lande doch noch was selbst schock welches wir legen das ist doch schön ist nur diese andere scheiß drohe finden irgendwo ich war bloß vergessen wo die war hier ist der weg der definitiv ist wohin das wäre auch nur sonne oder so hart die drei herz drohen mehrere sonnen gefühlt irgendwie auch noch mal ein paar ich sollte nirgends die trip ich werde jetzt noch alles rechts ich habe probiert es gehört alsor schon mehr tiefe folie in der vfk ist okay hier 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 ach das ist jetzt aufgegangen das ist jetzt interessant ich hoffe ich kann mir nichts verbauen dass wir uns hier so nix oder meint er den weg hallo anime du jetzt gesagt die mischung aus typ und jute das ist schön ich bin eh schneller als die und grieche vom drachen das macht mich nach norden aber hier ist aber nix oder ist hier irgendwas nicht so ja eigentlich laufen können gerade eklig dann komme ich dahin hier da ist die monitor ich hoffe das ist auch jetzt die richtung nicht kann man nichts verbauen ich habe was habe ich jetzt bekommen sonne nennen hart 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 party hart schlecht ich weiß oh man jetzt fällt ihr fall ich muss die monomaligkeit durchlaufen das ist ja so belastung regelmäßig einige kacke sind jetzt schon die truhen nicht weil das viel zu verwendet ist und immer und übersichtlich und alles gleich aussieht das ist so unheimlich gut gemacht hier nicht das ist so unheimlich gut einstürt herz dricks in the button of the box arranged no for you'll be glad to know brave brave trailer that this maze is almost done there are but two boxes left to find but they should only open one after opening the box the noble sequel grumpers to dust okay jetzt habe ich irgendein stu oder sowas bekommen oder habe ich den doch nicht bekommen und auch einem stu oder sowas für den ach das ist für robin der ist aber schlechter als den die sie hat das ist irgendwie an der wahlmengen würde ich mal behaupten ich glaube nur schniedermal gegner rum dead i'm baby schlurret das waren die glaube ich ich gehe mal kurz dann sprechen links oder rechts ich würde sagen rechts rechts ist immer gut vorwärts mimik die probieren es mal 1000 hp 3000 shawaii mega medizin das ist effekt hat ja dort machen wir einfach mal einfach drauf wollen okay ich sehe schon ich sehe schon was ich hier tun werde das war die falsche glaube ich Wolfclaw, Elemental Water, Elemental Air, No Preseal, Smiley das sagt man so inside the lid of the treasure box congratulations, explorers brave reposses the final key the escape this twisted forest dream pick up and head south east blablabla und ich habe glaube ich schon ja geil was ich schon habe dieses diese items sind nutzlos nutzlos hallo drache und hallo treibt die gibt noch mal kurz ein paar ep und dann was das wort tschüss ich glaube nur die zwei kämpfe noch mache ich auch einen cut ja auf den bau ist bitte quest strikt das ist irgendwie ein slightly strange so danke wäre auch immer ein wald so hin platziert dass man wenn man da irgendwie sauber stoppen nicht erschließen wald muss monster bekämpfen muss und nämlich die truhen öffnen muss das will ich nur mal anmerken das ist irgendwie total unlogisch und normale leute würden da gar nicht durchlaufen naja also ja ich schneide jetzt hier mal und wir sind es dann das nächste mal bei let's play kinetic cypher und sehen leute auf wiedersehen